Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir wollten bei einem Filmwettbewerb mitmachen. Das Thema Hacking. Wir waren im Modus, hatten eine Menge Ideen. Wir könnten zeigen, welche Gefahren Smart Homes mit sich bringen. Ein verzweifeltes Mädchen, deren Instagram-Account gehackt wurde. Vielleicht ausschweifen und auf Social Hacking beziehen. Einige Möglichkeiten. Doch wir wollten etwas machen, mit dem niemand rechnet. Thinking out of the box? Nee. Wir, wir wollten sie sprengen. Wenn du vorhast, Dinge zu sprengen, gehst du ins Darknet. Wir sind ins Darknet und haben uns einen Hacker organisiert. Man hatte sofort ein gewisses Bild im Kopf. Unser Hacker war, wie soll ich sagen, anders. Der Plan hatte sich nun geändert. Statt einen Film über Hacking zu machen, wollten wir selber welche werden. Uns zum Sieg hacken. Mit einem Katzenvideo. Der Kleine hatte es drauf. Sofort Zugriff auf ihre Server. Wollte das Voting-System ändern. Klickte sich durch die Nahreihen ihrer Datenbank. Und verdammte Scheiße. Was wir herausgefunden haben, war das... Was wir herausgefunden haben, war das... Was wir herausgefunden haben, war das... Was wir herausgefunden haben. Was wir herausgefunden haben, war das... Was wir herausgefunden haben, war das... Das ist die Nähe Oktober. Wir kommen in 5 Minuten. Was wir herausgefunden haben, was wir herausgefunden haben.